aber ich hatte erst mal die folge wieder ja so das wurde sich ausdiskutiert festen geflogen ich glaube einige kniebeugen ich dachte ich wäre verschont an donnerstagen oder an personas tagen da bin ich auch noch krank da will ich mich extra leiden sehen naja zehn kritiken körperlich bin ich eigentlich wieder glanz fit glanz fit glanz vielleicht auch glänzen tue ich vielleicht auch was gucken hier niemals palast ist eigentlich okay ist nicht mit apostrophen geschrieben den fehler wollte ich denken so ich habe wir können es von hier aus rein schleichen selber für wenn du dieses eine wort sagt ach du scheiße okay crow ja ja okay okay ich habe mich beleidigt einem wort aus dem auch dass ich am körper befindet aus dem möglicher mal üblicherweise die experimente ausgeschieden werden ich denke ich finde deine maske ist eher apt für piercehungen eher als die reinsteckende oh oh Die Leute hier sehen völlig normal. Aber wir sind in einem Flashy-Casino. Es gibt keine Angst, dass es ein Palas ist. Oh, genau. Crowe weiß nicht viel über kognitiven Beziehungen, oder? Ah, ja. In addition zu einer typografie, kognitiven Beziehungen existieren, basiert auf den Verhältnissen. Wahrscheinlich nicht so viel Sinn, weil es all die lustigen Beziehungen gibt, was er benutzt, oder? In essence, weil sie so wie reale Leute sind, Saison's view of others ist unglaublich undistortiert. Aber nach dem, was ich vor mir sehe, ist es schwierig zu glauben, dass es nicht wirklich ein reales Casino ist. Nicht alle kognitionen sind normal, In Futaba und Okumaras Paläten mussten wir sie betrachten. Übrigens, ähm, wir sollten sich vorsichtig sein, besonders bei denen in Positionen der Macht. Ist das das, was du durchführen musst, jedes Mal? Ja. Ja. Das ist ein erstes für mich. Ich bin etwas nervös. Ja, beim ersten Mal sind wir wundervös, ne? Just don't slow us down, Crow. Ich will nicht, die vierte, ne? Okay, es ist Zeit, wir gehen rein. Unsere Zeit für diese Infiltration ist November 20. Einmal später und wir werden in der Realität getroffen. Natürlich brauchen wir eine Infiltrationroute bevor wir die Telefonkarte geben, wie immer. ja, das ist ja nicht so. Ich habe mich ja sehr akribisch heute und gehalten, ja. Im Ende des Tages sowieso immer dann gegen Mitternacht. Oh, mein Gott, war es nur für eine Show? Es ist ein notwendiger Schritt. Ja. Willst du bitte stopp interrumpfen? Hm, meine Entschuldigung. Well, dann. Let's go. Let's go! Ich fühle mich etwas nervös. Also dann, los geht's. Sichern wir erst einmal unseren Weg. Ja, jetzt habe ich die beiden halt dabei. Irgendwie die drei, meine ich. Ist fein, aber ich würde natürlich gerne den neuen Dudi auch ausprobieren, aber na ja. Nein, nicht, ne? Bim, bäm, boom, bäm. Crash, boom, bang. Direkt die Lyrics versaut. Habe ich gerne gemacht. Da ist nichts drin. Ich habe Wege, die ich gehen kann. Ich habe Optionen. Das gefällt mir nicht. Vor allem, wie schaut die neue Auto-Attack von Kross? Hm. Na ja, stimmt, ne? Jetzt kann man wahrscheinlich den Confident weitermachen. Ja. 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 Ich kann es fühlen. Ja. 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 Hier kann ich schon mal irgendwie rein, I guess. Ja. Willkommen. Schöne. Ja. Das ist nicht eine Lüge. Ich will nur etwas ganz bremsen und kräftig machen. Du wirst nicht mehr gehen, oder? Die Tür bestimmt zu. Oh, das ist mein Geschmack. Warum hast du uns das gesagt? Es ist wie ich bereits gesagt habe. Ich wünsche mir das in der höchsten Art mögliche. Erstens, ich sage, dass du nach meinem Ort gekommen bist. Wir werden das dort weitergehen. Verdammt, da oben! Es scheint, dass wir diesen Elevator nutzen können, um hoher Flüge zu erreichen. Komm, Joker. Lass uns sie suchen. Lass uns sie nachdenken, Joker. Ich habe etwas. Ja, machen wir doch. Entschuldigung. Hier sind Türen auf jeden Fall. Bam. Bam. Ich kann es fühlen. Das Bild von Cyder links gefällt mir. Jokers. Die Folgen von Cyster anseilen. Ja, ist doch gut. Dann gehe ich halt da unten in den Aufzug. Hat es funktioniert. Nett, nehme ich. Auch wenn ich eher nur nicht kämpfen werde, wahrscheinlich. Aber einfach mal wieder speichern ist ganz nett, ne? Haben wir auch schon wieder Zeit. Wie wird es jetzt? 29. Ich hoffe, jetzt wieder 6 Tage gespielt. Ah, das Spiel dauert so lang. Oh, Mann, 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 Mann. Naja. Gehen wir. Gehen wir nicht. Habt ihr auch schon mal, dich an das Spiel zu tun? Ich war mir auch schon mal damit. Das mach das so einfach. Komm, wir haben uns mit dem Spiel. Ich würde mit dir stehen, aber... Eine Schäde! Wie ich erwartet habe, Registration wird nicht so einfach eine Sache. Sie muss sich uns zu zweitenswert für die Sicherheit der Ort, Hier kommt's! Kein Problem, ich will das zu tun. Ich muss dir meine Werte zeigen. Ich versuchte, dass ich sogar so leuchtige Hoffnungen wie diese. Keines Awakening. Zehn von Zehn. Keine Awakening einfach auf Screen. Du hast komische Sachen, gefällt mir nicht. Hm, dann wird wahrscheinlich Fuh-Schaden effektiv sein. Ja ja, töte ruhig Morgana, ich brauche ihn nicht mehr, aber Katze. Ich hab ja relativ viel Viecher dabei, ne? Leider immer auf alles. Na egal. Das war jetzt nur Glück, oder? Never fucking mind, okay. Allmacht-Schaden. 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 Da, ja cleared. Persona! Sie dreht jetzt nachher in die Fresse. Oder immer die Fresse erst. Du hast es komplett gewollt. Du musst dich aufrufen. Und ich kann noch viel mehr. Tja, lass uns schnell die Schatten erledigen. Warte. Wenn wir bedenken, was wir vorher gehört haben, klingt das nicht nach einem Hinterhalt. Klärst du nicht nach einem Hinterhalt? Finde ich auch. Wir würden sie gern... Ich würde sie gern so schnell wie möglich erledigen. Aber nachdem wir nun eine Infederationsroute haben, schlage ich vor, wir kehren um und bereiten uns vor. Also gut, ich vertraue auf eure Erfahrung und euer Urteil. Tun wir das. Klassiker. Hat Futaba schon ein Pflaster? Nein, aber warum? Mosse ist die Frage. Viel zu heiß. Hilfe, ich sterbe. Oh Gott, was ist ein Bild von ihm. Heute gab es wirklich jede Menge Überraschungen. Hoffentlich geht es weiter gut voran. Stimmt. Wir müssen aber noch die einzelnen Schritte erklären. Nicht nötig. Erst sichern wir eine Infederationsroute und dann klicken wir die Prankerkarte. Dadurch manifestiert sich der Kern der verzerrten Wünsche des Herren des Palastes. Wenn wir diesen Kern an uns nehmen, wird der Sinneswander ausgelöst. Ich folgere, dass die Schritte so aussehen? Genau. So leicht ist das nicht. Unterschätzt das nicht? Ich unterschätze gar nichts. Wirklich. Übrigens, der Schatten von Nijima-san wirkt ja echt souverän. Ja, wer weiß, was uns erwartet. Wir müssen weiter vorsichtig sein. Na schön. Sag mir Bescheid, wenn ihr den Palast betretet. Ja? Nö. Das ist richtig, Leon. Nö. Natürlich. Perfekt. Ich bin bereit. Egal, wann ihr mich braucht. Das reicht jetzt. Bereiten wir uns auf die bevorstehende Aufgabe vor. Naja, tut mir leid, dass ich die Unterhaltung etwas entgleist habe. Wir zählen auf dich, Akeji. Es darf nicht schief gehen. Ja, ich werde mein Bestes tun. Alle eure Erwartungen zu erfüllen. Die grünen Momente sind endlich hier. Gib es alles, was ihr habt. Okay. Geht es schon heiß her. Wenn die Phantomsdiebe nicht als Helden angesehen werden, ist es dann auch für mich ein Problem. Versuche einfach so schnell wie möglich deinen Namen reinzuwarten. Und meinen. Ich verlasse mich auf dich. Also die Leute auf uns, sogar in seinem Surveys. Unsere Popularität ist wirklich an all-time-low. Mhm. Kriegen wir schon wieder. Keine Sorge. Stieh Nijimas Herz. Hm. Ein Schaap, 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 Schaap. Mhm. Hm. 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 Oh. Oh. Das ist tatsächlich gar nicht so eine schlechte Idee. Weil gerade die Die halt, ne? Ihr wisst schon, die Dietriche Gehen mir aus Dauerdeitsch Wat? Kann man Kami rufen? Zeig K. Zu spät Ich weigere mich Kein Bonus Schmutz Also wieder ein paar Dinger Ist auch nicht verkehrt Gelöscht vom Admin Es ist endlich soweit Egal was passiert Wir müssen sie umstimmen Genau Ich verlasse mich auf dich Jeder hat seine eigene Art Mit den Dingen umzugehen Aber wir sollten einfach Wie gewohnt weitermachen Ich mach's auch schon Keine Sorge Ich vertraue dir Deswegen bitte ich dich Um deine Hilfe Es gibt keinen Grund Sich wegen der Sache Zu sehr aufzuregen, oder? Bereite dich in Ruhe vor Alles geht, solange es Unser Mission hilft Wir vertrauen dir Du bist wirklich unser Boss Okay Der Plan muss auch wirklich aufgehen Seine Dima soll Ein Seinesbeine verpasst werden Stieh das Herz Seines Ziels Bis zum Frissablauf Stieh gleich wieder Mission Start irgendwo Yeah Das gefällt mir 21 Tage noch Sollte reichen, ne? M-m-m Futawa Alles klar Wir haben eine Beschäftigung Jusuke Okay, wir haben noch eine Beschäftigung Erstmal gleich gucken Nach Saft Auf jeden Fall Akechi? Ne Ja, aber es ist ausgegrauert, ne? Die kennen wir noch nicht M-m All die wir sie nicht kennen Da gibt's denn Erstmal guck ich Ob ein guter Saft Heute da ist, ne? Wahrscheinlich nicht Fuck off Ja gut, gucken wir uns mal Haru an Gucken wir uns mal Haru an Ist auch ein schöner Satz Hm Makoto Da ist Haru Hm 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 Du da Was ist denn los? Brauchst du was vom Dach? Äh Bring mich hin Ich darf den Hintergang zur Schule verwenden Komm, wir können so reingehen Wild Weißt du, was du heute machen willst? Äh Noch was zusammen Was? Ausgerechnet jetzt? Gehörst du deiner Infiltrationsstrategie? Äh Das ist ein Geheimnis Hm-hm Hehe Wenn du's sagst, klingt das so wichtig Hm-hm Hm-hm Mein Gott Wahrscheinlich ist es, äh Wichtig, sich in Zeiten wie diesen zu entspannen Hey Wenn das so ist, möchte ich Sakura-san meine neueste Ernte bringen Mhm Hey Ich möchte heute im Café Leblanc vorbeischauen Kommst du mit? Klar doch Schön, lass uns gehen Habt ihr mit dir überhaupt schon den, den Deal gemacht? Ja, ne? Dann hätte ich eigentlich schon mal gucken können, was dich eigentlich am besten ausrüstet Aber egal Oh, da kommt sie jetzt erst Ich kenne sie noch nicht Okay Ich bin froh, zu hören, dass du das gesagt hast Ich weiß, ich kann nicht sagen, dass es gut schmeckt war, aber es war eigentlich ein bisschen refreshing Kind of wie, wie du gut fühlst, nachdem du mit einer bitteren Medizin Hm-hm Ich kam erst zuerst auf die Plante in meinem Haus Es ist möglich, dass es eine experimentale Bremse kreiert, um an Okumara-Foods zu benutzen Vielen Dank für die Input, Sakura-san Ich nehme an das Hausgrüße schmeckt bitter, aber strahlt auch eine starke Energie aus Er ist richtig Das Gemüse, das die Sonne genossen hat, gibt mehr Energie Es könnte nützlich für Ausflüge in Paläste sein Mhm Ich glaube Ich bin so glücklich Ich erwartet nicht, dass ich dieses Hobby meiner Meinung nach Wert zu den Phantom-Thiefen geben Das ist eigentlich das einzige, was ich ehrlich sagen kann Ich denke, dass ich gut bin Hm Hm Aber es ist, was ich tun möchte Oh, dann Du denkst, dass du mir wieder mal wieder helfen kannst, wie du heute gemacht hast? Na klar Es ist ein Problem Wir sind nicht wie richtige Phantom-Thiefen Was willst du eigentlich? Thou art I, out art,ài, out art thou Haulier than thou Oh. Mh. Kennt diese Nacht, Chip? Kennt diese Nacht, Leute? Nacht Crow? Ich bin du. Du bist ich. Du hast eine neue Wut bekommen. Es wird die Wände der Rebellion sein, die deine Chains von Kaptivität verbreitet. Mit dem Wunsch der Empress Persona, habe ich die Wände der Wälder, die zu Freiheit und neuen Macht bringen. Mh. 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 10, 20. Bonus. Bonus nochmal, scheinbar. Braucht bei ihm so eine 1 drauf. Hm, naja. Na, ist die 0. Nur eine 1. Ist Maruki auch hoher exklusiv? Äh, 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 äh. Chihaya. Chihaya hat immer noch keinen Bock, scheinbar. Jammer, schade. Wir können Evi machen. Wir können Evi machen. Oder Mut maximieren. Wie ist der Hauptakana? Was ist der heißer? Ja, die Leute brauchen ja Quests erfüllt. Hm. Ja. Hm, hm. Mut fühlt sich schon noch, ja. Gleich nicht mehr heute. Ich hatte es so gehofft. Einfach so aus Prinzip. Ah, gut, ne? Mein Job, Marvel, Brüder, blablabla. Möchte arbeiten. Diesmal möchte ich, dass du Informationen sammelst. Das musst du aber alleine regeln. Ich muss mich um was anderes kümmern. Hm-hm. Gut. Ja, Stempel sammeln. Ich habe es auch nicht vergessen. Der Typ, den du suchst, ist obdachlos. Aber er weiß, was los ist. Er ist irgendwo in Shibuya. Hm-hm. Ich schaffe Infos zu Gerüchten über Untergrundgeschäfte. Aber verhalte dich unauffällig. Ich muss mich um andere Sachen kümmern. Ich zähle auf dich, Kleiner. Leute vor mir gespawnt. Schön. Hexen. Du willst was wir bei Untergrundgeschäften wissen? Ja. Du weißt, was du alles... Du weißt, dass du alles, was du brauchst, du bitte finden kannst, oder? Oder suchst du vielleicht noch mehr? Ich sehe es in deinen Augen. Ich nehme morgen, ist Halloween. Für gut. Wer hat dich geschickt? Ich wollte mal sagen, ich soll den erwähnen. Ich war lässt also irgendein Kindinformationen sammeln. Das hätte ich nicht von ihm gedacht. Okay, tu einfach, als würde ich einfach vor mich hin brabbeln, ja. Und ich verspreche nicht, dass ich auch was Nützliches sage. Also, so neu herum kam einer der Bosse der Hongkong-Mafia in Japan. Gab nur einen Riesendeal mit einem asiatischen Investor. Ging so um 100 Millionen Yen. Halt, ich bist du, wie über so ein Riesengeschäft viel mehr Leute reden. Vielleicht haben sie irgendeinen Luxus-Club gemietet, um es möglichst privat zu halten. Aber ich habe nichts davon gehört. Okay, das war's, geh. Keine Lust auf Juvie. Mach doch einfach. Dein Laden ist so beeindruckend wie in dir. Echt toll, Evay. Schön, das von dir zu hören, Zudassan. Äh, Zudassstimme. Mit so realistischen Modellen könnte man einen Krieg anfangen. Wirklich, die sind unglaublich, aber ich muss jetzt gehen. War's der so ein... Nein, das war ein anderer Duddy. Hm? Hm-hm. Jo. Willkommen. Okay, Evay. Ich nehme von allem, was du mir gezeigt hast, hier ein Exemplar. Ich brauche ein Arsenal. Wie lange dauert das? Kommt drauf an, wie schnell die Teile ankommen. Man, ich muss wohl durch den Zoll. Wie lange das Zeug da festhängen, kann ihn nicht beeinflussen. Sag, Mune, wie heißt dein Sohn? Kaoru-kun, oder? Äh, stimmt. Tja, wenn du nicht pünktlich lieferst, muss ich Kaoru-kun ein kleines Geheimnis verraten. Zudassan, bitte. Wie ein so junger Bursche wohl reagiert, wenn er erfährt, dass sein Vater in der Yakuza war. Aber wenn das euer Verhältnis belastet, können wir ja wieder versuchen, ihn zu verkaufen. Schön, ich beile mich mit deiner Bestellung. Zufrieden? Sehr. Gut, ich freue mich wieder von dir zu hören. Und zwar bald. Tut mir leid, dass du warten musstest. Kleiner. Shit. Was haben wir noch mal? Mh. Das war also Zudar. Ja. Zudar 51. Ja. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Aber wie lief es heute? Hast du etwas nützliches erfahren? Hm. Es hat also irgendjemand einen großen Deal mit der Hongkong-Mafia gemacht. Über 100 Millionen Yen? Und zwar im Neujahr herum? Hm, hm. Würde mich nicht wundern, wenn Zudar etwas damit zu tun hätte. Er prallt wohl seit Neujahr immer, dass er gewaltig abkassiert hat. Ich muss selbst noch ein wenig nachforschen. Gute Arbeit jedenfalls. Mit dieser Information kann ich Zudar einen schönen Schrecken einjagen. Hm. Ich gebe alles. Das wird jetzt nicht von selbst. Ich kann es kaum erwarten, zum Beispiel das Gesicht zu sehen. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt. Und da ist es nur dank dir, Kleiner. Du bist echt ziemlich nützlich. Hm. Kleine, seichte Fortschritte machen wir hier. Ist doch nett. Naja, ich gehe früher heim und verbringe zur Feier des Tages mein wenigstes Heim mit Kaoru. Echt verdammt, gute Arbeit leider. Jetzt verschwinde. Können. Okay. Nicht mal Mut. Ich bin's. Ich wollte euch nur warnen, bevor ich zu Kaoru zurückkehre. Du hast mir definitiv gute Informationen besorgt. Ehrlich gesagt, weiß ich das zu schätzen. Aber Zudar kennt jetzt deine Gesichter. Das könnte ein richtiges Problem werden. Ja, stimme ich zu. Du bist sehr aufmerksam. Dank heute war es Zudar, dass wir etwas miteinander zu tun haben. Du weißt, dass die Aktion mit Master bei ihm nicht funktionieren wird. Naja, vorbei ist vorbei. Wenn eine Methode nicht funktioniert, müssen wir einfach eine andere finden. Ich werde über unseren nächsten Schritt nachdenken. Mach bis dahin nichts Dummes, hörst du? Wenn ich Hilfe brauche, melde ich mich. Ich hoffe, du bist dann bereit. Alter, das ist ganz schön anstrengend. Aber wichtig. Halloween. Wie Schule. Wie, nicht Reformations-Tag, Feiertag. My sister is serious. Her determination to win this fight is reflected in that casino. She won't be easy to beat. I know that better than anyone. Ich habe Fackle weh geschafft. I want to understand our situation as soon as possible. Let's go to the palace today. Immer mit der Ruhe, ne? Ich habe ja auch nochmal Mentors, ne? Sorry. Vielleicht bin ich ein bisschen zu hochstrungen. Aber ich kann nicht behalten, meine Freundin zu sehen. Wir werden sie verhören, egal was. Wenn du mit einer Chance gehst, lasst mich wissen. Ich werde sicher, dass ich bereit bin, bei einem Moment's notice. Jetzt beginnt unsere Stunde. Habt ihr verstanden, was wir letztes Mal durchgenommen haben? Frau Samy, bitte kommen Sie so schnell wie möglich jetzt zu Ihrer Zimmer. Ja, gut, dass ich nichts machen kann, was meine Mutter hört. Wozu gehen könnte? Leute, beschäftige ich euch mit dem Unterrichtsmaterial, solange ich im Lehrerzimmer bin. Was willst du denn tun? Schlafen. Oder Werkzeuge erstellen. Oder was anderes, auch Freundschaft. Na dann schlafen wir. Das ist im Alter als Schlaf wichtig. Na dann, träumen wir schönes. Das müssen wir auch mal gesehen haben, ne? In meinem Traum habe ich jede Nacht mit einem Poker-Dealer verhandelt. Ja, danke dafür. Ja, dachte ich auch kurz. Das war knapp. Jetzt haben wir auch die Freizeit. Naja, gut. Noch 20 Tage. Ja, Che-Balls. 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 Ich kann auch nur was, was ich kann. Ich sehe schon wieder drei Nachrichten, das finde ich nicht gut, ne? Das heißt, es sind wieder viele Leute im Potenzial zur Verfügung. Takemi, Schmutz. Takemi, Schmutz. Yusuke, Ausfahrtsspar, Haru, geil. Haru oder Mementos, so, ne? Geh mal Gemüse anpflanzen bei ihr. Aber dann Mementos, schon gut. Ich will aber tatsächlich, bevor ich das mache, gleich nochmal kurz bei Dingenskirchen vorbeischauen. Ähm, wie geht denn das? Muss ich mit ihr reden einfach? Wahrscheinlich, ne? Wenn ich Zeit verbringe, sondern so. Ich habe es hergebracht, um mal richtig zu gärtnern. Oh, sie ist so fleißig. Gemüse ernten. Wenn du Gemüse anpflanzt, kannst du es nach mehreren Tagen ernten. Wie viele Tage das Gemüse zum Wachsen bedürft, hängt man an der Gemüsesorte ab. Sag Bescheid, wenn ich Gemüse anbauen soll. Also, das machen wir heute. Gemüse anbauen. Mh, wegen des Gemüses hier. Das freut mich. Das Gemüse müsste hier prima wachsen. Was sagst du? Mh. Uuuh. 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 Die finde ich lecker. Wir müssen aufpassen, dass wir die Wurzel nicht verletzen. Ich hoffe, die Pflanze gedeiht gut. Uuuh. Vielleicht können wir etwas ernten. Äh, Mondlichkarotte. Vermutlich am 4.11. Ich hoffe, du freust dich schon drauf. Hätten wir nicht passend zum Tag einfach Kürbis ernten. Kürbis setzen können. Aber gehen wir jetzt einfach an Halloween ins Winter. Das ist doch... Also besser geht's doch gar nicht mehr. So, und ich will mal eben... Falsch. Dahin will ich, glaube ich. Mal kurz SP-Pflaster kaufen. Wir müssen mal grad kurz gucken. Luske hat's nicht. Und da Catchy nicht. Und Futaba ist ja eh fake. Eigentlich. Check ich irgendwie nicht. Geld boosten. Ach ja, stimmt. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das machen wir gleich auch mal. Ah. Please head to the exam room. I see. It's exceptionally effective. Thanks. At this point verletzten mich jetzt auch zwei Dinger nicht mehr so sehr, muss ich ehrlicherweise sagen. 5% Rabatt. Take care. Schwarze Krawatte. Du mich auch. Hm, ich hab's verpasst. Da. Möbius. Ähm. Generell können wir nicht auch wieder gucken, ob man irgendwie noch mal ein paar coole Sachen hat oder so, ne? Das ist so fake, Futaba. Futaba ist nicht, Futaba ist nicht echt. Futaba gibt's gar nicht. Ja, doch, komm. Hm. Hm. Was die da einfach stärkere Sachen hat. Schick, schick. Kannst du natürlich auch bei Yuva eindecken, auch mit Waffen umbauen. Ja, das ist wieder so teuer. Wobei geht eigentlich. Hm, 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 hm. Erstmal geh ich jetzt schnell boosten. Ah. Happy Halloween, ja. Sehen wir das letzte Mal heute, ne? Hm. Menschen Geld haben. Hm. What shall we do? What shall we do? so ganz viel geld krieg ich jetzt herrlich dann gucken wir noch mal schnell bei eval vorbei all right all right which one it's that time of year when schools hold their athletic meets huh those starting pistols aren't ours you know lohnt sich schon ne don't break it okay that one we change your mind that's what you choose immer noch mal über vergleiche was schon viele neue wahrzune ich immer habe Du kannst es nicht verbrechen, okay? Dieser? Geh deine Zeit. Es ist sicher, dass ich ihn nicht benutze, um einen Frank zu kaufen. Hm, dieser wird deine Meinung verändern. Ist das das, was du wählst, wenn ich es entdecke? Und ich habe jetzt auf jeden Fall wieder das Scherxe hier. Okay. Jetzt nochmal hier schauen, ne? Man kennt's. Wir haben ein neues Modell drin, das ist wirklich schwer zu haben. Ach, doch. Ach so, äh... Haha, das ist eine sehr seriöse Expresse. Geh deine Zeit und schau dich an. Das ist das, was du wählst? Ich koste das nochmal 8000, okay. Cool. Ja, wobei ich immer denke, Schusswaffen, ich benutze Schusswaffen eigentlich so selten, ne? Hm, hm, hm. Hm, dieser? Wie ist das? Wie surprinities Ihr seid? Ich bin schuldig auf der Schluck 對, aber ich kann gar nicht aufgeben werden. Ja, ich kann jetzt nicht mehr benutzen, ich will nicht auf. Ich will nicht aufpassen, in einem Racket. Das ist das, was du wählst, würde es gut hinweisen. Oh, es hat mir alles gekreift, oder? Ah... Keine Frage, es geht nicht mehr. Söhnt. Und jetzt Ich bin halt geizig, ne? Das ist wirklich ein Problem bei mir. Nicht mal in den Spielen kann ich nicht geizig sein. Ich passe es nicht an. Das ist das, was du wählst? Du hast es nicht mehr als ein Prank. Das war das. Das ist das, was du wählst? Klingt sexy. Oh, jetzt hab ich losgedrückt. Okay, dann darf sie jetzt auch mal was haben. Wenn ich schon auszusehen drücke. Da sogar die Kruste gäbe, ne? Das ist die Kruste, aber... Ich werde ihn jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen benutzen, deswegen rüsse ich es jetzt mal auf. Alter, was ich alles machen kann. Ja, du musst dich schemen, um etwas zu tun. Ja, wenn dann aber schön hier angefrucht, Putin einfach. So. So kurz bei Reutheben auch die Waffe ausrüsten, so, ne? Oh, aber noch Fetze, okay. Okay. Ich würde da hin nach... Das Waffen darf ich nicht verkaufen, scheinbar. Jo, nichts, was hier besonders viel Geld gibt. Nur die alte Robe, die ich auch schon lange drin hatte. Ach, die alte Robe hat auch noch SP Plus gegeben. Ja, gut, ist egal. Gut. Dann haben wir doch eigentlich die Zeit auch ideal genutzt. Sind ein bisschen stärker geworden. Der gefällt mir hier. Und beim nächsten Mal geht es dann ins Mementos. Ja, ne? Ja. Wir lernen es auch noch mehr zum Umbauen. Na toll. Bei Nahkampfwaffen ist es, glaube ich, cooler, weil die benutzt man eher häufiger. Naja. Gut, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschö.